Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 1 oder auch Dawn of Souls. Ich hab ein bisschen, ja, trainiert, hab mich bis neu ausgerüstet, kann ich euch das direkt mal zeigen. Jack hat jetzt, ja, ich weiß gar nicht mehr was alles neu ist, auf jeden Fall hat er ein paar neue Sachen. Magie ist zum Beispiel Impa, mehr, der Vitra geholt, Heilung und Antidot, also unbeachtlich. Und bei Oni, hab ich mir Blitzer holen lassen, Eisra, also das ist schon richtig krasse, Attacken. Und das ist nicht geil. Ich weiß jetzt, wie man weiterkommt. Ich muss, dass man jetzt irgendwie, nach der Elfstadt hier irgendwie lang gehen muss. Ne, ich bin ein bisschen informiert darüber. Da bin ich jetzt nicht zu 100% geil, aber auf jeden Fall, Eis, übertrieben heftig. Eisra noch mal ein bisschen heftiger. Also ihr könnt schon ordentlich austeilen, jetzt alle auf Level 15, das ist schon richtig schön. Das hört sehr an, ne, noch nicht. Da geht alle jetzt drauf, bam, jetzt ist er weg. Also die teilen jetzt schon ordentlich aus, hab schon ordentlich Kohle gesammelt. Ich möchte jetzt einfach mal weitermachen. Weiter heilen. Und dann mache ich, zeig euch mal Blitzer. Das wird jetzt so effektiv sein, weil die eher auf Eis reagieren, aber um sie zwar schon zerengstwerden. BAM! Fast alle weg, das ist schon heftig. Ja, heilen. Ja, das wird jetzt so ein Schlag vielleicht. Jawohl, weg. Hahaha. So. Irgendwo im Norden müsste das sein, kann man mir sagen. Das sind keine Gegend, ich kriege auch so weg. Eins, drei, ehrlich. So, 74, die haben nicht mal zehn Punkte. Also, die sind direkt weg. So, die Heilerin. Mach die nicht platt. Mein Gott, ey. Impulse, ohne Witz. Lame. Richtig lame. Ja. Mein Tier war es, glaube ich, ja. Oh, das sind schon heftige Gegner. Ich mache schon mal ein Vietrat. Nee, das ist viel. Nee, das ist viel. Lücke auf Jack und dann machen wir mal Eis auf alle. BAM! BAM! Boah, alle weg, ey, leck mich am Arsch, ey. Der hatte halt richtig aus der Ohne, ey. Hier ist gar nichts. Nö? Ah, da ist es. Da ist es, da wollte ich hin. Westschloss. Niii, niii. Hier ist nichts Besonderes. Er erinnert sehr, als allererstes Schloss, wo wir drin waren. Das Tür. Da ist jemand. Ostost, der König der Dunkelelpen hat mich bedroht und mich all meiner Reichtümer beraubt. Seht nur, ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Mein prunkvolles Schloss zu einer Ruine verfallen. Doch ihr seht aus, wie tapfere Krieger. Erfüllten meinen letzten Wunsch und bringen mir aus der südlichen Sumpfkotte meine Krone wieder. Ja, okay. Kein Ding, ne? Die Sumpfkotte habe ich... Ja, komm mal Tür. Komm ich da hin. Komm ich hier auch raus. Tür. Komm ich da hin, ich will in die Tür. Komm ich wieder raus. Na scheiße. Ausnahme. Schon eher. Äh, ja, in der Sumpfkotte war ich auch schon. Auf dem Weg nach Zielen. Und, äh, ja. Er leckt mich doch am Arsch mit eurem Zauberschlüssel. Schon bei den Zwergen war das so. Sind noch was hier oben? Ich denke aber eher nicht, oder? Oh, gar, das sind keine Gegner. Dann machen wir mal Jack. Du machst mal Feuer. Ein, so ein, Oga teilt kaum noch aus. Das ist der Wahnsinn. Zack, weg. Feuer. Yes. Nein, das kann ich nicht heilen. Scheiße. Da ist nix. Nur so zu Info, hier kommt man nicht rüber. Das ist einfach so so ein Art Fluss. So, jetzt halten wir uns die ganze Zeit südlich. Komm ich durch. Gott sei Dank. Das sind keine Gegner für mich, ehrlich. Und, äh, ich. Blitz. Anderen. Bäm. Bäm. Anzunehmen. Was ist denn da ausgehalten? Der leckt mich am Arsch. Der hat nämlich auch wieder ein paar Lebenspunkte bekommen. Seid alle drauf. Das war's dann auch. Bäm. Das. Hahaha. So, jetzt die ganze Zeit südlich halten. Wenn ich mich richtig erinnere, war mir schon in der richtigen Richtung, aber... Naja. Dann nochmal zum Rotus. Dann gibt's für euch. Blitzra. Oh. Eisverkosten ein bisschen viel. Komm. Ja, Vita, das ist wichtig. Na? Na? Jawohl. Zack, seitdem wir alle weg. Wir waren, glaube ich, schon in der richtigen Richtung, aber... in der richtigen Richtung. Das ist voll. Ah, da ist es schon, die Sumpfgrotte. Das war aber noch nicht. So, ich war schon im ersten Untergeschoss, aber hier war gar kein einziges Monster so vollkommen. Das kommt, seht ihr das? Das kommt nix. Jetzt geht herunter und wird es zurück. Leck. Ein Gargoyle. Ja, toll. Das kommt, seht ihr mal so an und ich denke mal auf euch mit Blitz. Für Pokémon-mäßig. Das reicht. Okay, die Teile sieht vorne nicht aus. Gibt schön. Viel Jill. So, wir hier. Oh, gut. Breitschwert gefunden. Exas hat Spiel. So, gucken wir mal. So, gucken wir mal. Kampfachs. Trefftrefferquote hat gesenkt. Ich lass den mal da. Aber haben schon mal was Schönes gefunden. Darum geht's mir ja auch ein bisschen, ne? Noch ne Tür. Beschützt von drei Gargoyles. So. Dieter. Oni. Ah, zeig ich mal Eisra. Ich hab das erste Zauber, weil sonst bringt das wenig, wenn nur einer da ist. Ja, komm. What the fuck? Alter, die haben ja mal auf Oni ein. Voll abgelassen, ey. Ja, scheiße. Ja, doch, das reicht. Bam! It's in your face. So, was haben wir hier? 86 Ciel. Super. Das Geld können wir immer gebrauchen. Besonderer Weg oder? Nicht geklopft. Oh. Uiuiuiuiui. Blutknochen, Skeleton und... ein Egelkriecher. Die teilt viel aus. Okay, machen wir mal... Was wird's machen? Dieter auf Oni. Und der zeigt's euch mal. Mit einem weiteren Eisra. Okay, der Blutknochen bringt nix. Skeleton auch nicht. Dieter ist jetzt wichtig. Oni wird aber... Das ist ja der mit der fast wenigsten HP. Egelkriech hat kein Gegner. Jawohl, und ihr seid ja alle weg, Alter. Was? Das sieht der gar nicht ab. Und der... die Knochenbohr, was? Okay, wohl. Immer noch nicht. 200 braucht der. Der leckt mich am Arsch. Und hier. Deutsch gefunden. Ist er denn gebrauchen? Nein. Unni. Jawohl. Ja, hier ist gar nichts, oder was? Wird's mir jetzt erzählen, oder was? Ja, hier ist nichts. Toll ganz toll, ey. Jawohl. Wir sind ja direkt nach unten gegangen, aber was? Hier oben. Schön, dass wir schon waren. Hier sind also gar nichts. Hm. Ja, hier haben wir doch noch Gegner. Ja, hier ist der süß. 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 Ach, verdammt, man möchte doch Dialogs benutzen können. Die sind doch untotig, yo, ey. Oh, harmlos selbst schlagen, für. Gehrensgeletten eigentlich aus den Untoten, das sind eigentlich nur... Skelette, ne? Hm. die halten nichts aus da kriege ich auch so bezogen da hab ich es weg weg wo ich hätte eigentlich den Cool den normalen machen können das reicht nicht aus na eben dachte ich mir schon ja easy dass hier auch noch Gegner kommen hätte das gedacht so hier da kamen wir her gehen wir weiter runter grünschleimbar alter sieht aus wie Kotze scheiße ja dann alle da drauf halt wahrscheinlich WTF oh nein sag mir bitte nicht dass nur Magie dagegen hilft ja scheiße ja gut dann kann sich einer heilen ich weiß das ist Oni der einzige der irgendwie zaubern kann das reicht ja gut dann ich hab mich ja ein bisschen ausgerüstet und hab mir Äther geholt für Oni weil der auch viel braucht da war eine Tür wieder grünschleimbar ne das tue ich mir nicht an schade Tür ja gut schlagen Tür ich will aber noch sehen was da oben ist an Angriffsvorteil eine schwarze Witze und eine Tarantik kriegen wir so klein vorbei so die hat gar keinen Angriff das geht mir am meisten auf den Sack ne Scheiße Scheiße ey 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 der Rante kann uns ganz schnell vergiften oh ein Punkt das kann nicht wahr sein ach hab ich wieder zurück so da unten geht's weiter augenscheinlich ah das ist genau die Disziplin die ich haben wollte und jetzt kann man auch mal angreifen das zack weg Lähmung Dialogs ihr seid ihr weg ihr Wichser was ist hier rechts eine Fledermaus und ein Gegner ein Schatten ey du hast einen Schatten alter stimmt untot jawohl und kann ja nicht mal trainiert werden super nix das ist ja war auch erst zu finden schweiß schweiß und schweiß und schweiß unnötig der Weg warum warum macht man da sowas hin als Entwickler macht es das ist pervers oder oh mein Gott so viele Türen das ist hier kommt drauf haha kranker Musik gerade äh äh weich ist schon drin kannst du mir nicht erzählen das ist dieser Ort wo ich gerade schon war Eis 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 Baby okay Oni ja hätte mehr Äther mitnehmen sollen reicht einfach nicht aus gib mir so auf den Sack weg weg mit dir kein äh weich ist schon dass dieser gleiche aus was gerade eben schon war aber wir sind doch untergegangen das kann irgendwie nicht sein nein hier war noch nicht nein hier war noch nicht nein hier war noch nicht hier ist für euch das ist alle weg oder das ist richtig gut ja neues Level ab boah wie viele bekommen ich weiß aber auch nicht ob die untot sind oder ja wenn es rauskommt kostet ja nichts boah wie der auszahlt wahnsinn ja noch jawohl das wirkt oder doch das wirkt das ist ein untot ach zu chill Alter ne oder ich war doch hinterhalten nein dafür giften die mich scheiße das 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 der ist der der Oh, nicht Stecken, der wird auf. Der ist wieder... Ne, der ist nicht voll. Ähm... Items, Potion. Was gebrauchen. Wir haben ja mehr als genug davon. Antidot. Reject. War ich doch schon, das kannst du mir nicht jetzt... Ich hab wieder einen Hinterhalt, Alter. Die verkifften mich wieder. Ich hab gar keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, ob der Blauschleim jetzt wieder das gleiche Ding ist. Ich schlug einfach mal so und dann mach ich mal Eis auf die Schwarzmittel. Weg. Weg. Doch, der Schleim lässt sich so bekämpfen, okay? Okay, der ist da magieresistent, ich verstehe. Austeilen kann er auch. Interessant. Ja, aber was ich jetzt nicht verstehe, wo... Ich verstehe jetzt lang. Hier ist nix. Hier ist grad ein bisschen ratlos. Da spar ich mir das Dialogs, ganz ehrlich. Ich bin dann auch kein Gegner. Tür. Auch nix drin. Scheiße, Alter, hier ist doch nix. Einen anderen Weg hab ich auch nicht gesehen. Das ist doch kacke, ist das. Ich komm doch nur wieder weg. So, wir können erstmal verschwinden. Das ist doch... Gängel-Kriecher. Von Dialogs? CR. BAM! Keine Gegner seid ihr. Ah ja, der Blutraum vertreibt ja viel. Verdammt. Gibt's ihnen einfach. Zwei. Ja, genau so Ja, aber Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss, Leute Würde ich sagen, beende ich den Party an dieser Stelle Und gucke dann selber nochmal nach, wo ich hin muss Würde ich sagen, bis gleich, Leute Bis gleich Bis zum nächsten Part, Leute Und ciao